Aber ich hab mich geil angeschlichen. Äh, ja. Vor allen Dingen, ich konnte dich ja nicht mit dem Sniper hinter den Wellen, kann ich dich ja nicht mit dem Sniper erwischen. Das war ja so mies. Und das mit dem Roadkill war gerade sowas von Glück. Ich hab dich praktisch gar nicht gesehen. Ich muss ja auf deinen scheiß Kopf treffen. Meine Zweitwaffe ist ja so kacke. Ich hab dich aber getroffen, oder? Zweimal oder so. Du hast mich hier auch von Land aus getroffen. Ja, das war nicht ziemlich krass. Vor allem mit einer AK. Jetzt bin ich nicht mehr da hinten. Ich wollte schon immer mal wieder einen Sniper abknallen. Guck mal. Ach, bist du jetzt der Sniper? Liefern wir uns jetzt so ein hässliches Sniper-Duell? Können wir gerne machen. Aber ich kann's leider echt nicht mit dem Sniper. Ich kann's einfach nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir fliegen jetzt. Einer fliegt nach E auf den hohen Turm und einer nach A. Nein, ich kann's einfach wirklich nicht mehr. Ich treff einfach nicht. Dann nehm ich... Wart mal ganz kurz einmal Waffenstillstand. Ich muss ganz kurz... Oder ja, such dir mal irgendein schönes Plätzchen. Ich muss da kurz noch was machen. Als was denn? Als normaler Typ? Ja, normaler. Lass mal Sturmsoldat-Battle machen. Oh ja, das ist mein Lieblings-Typ. Da hast du sowieso keine Chance. Das ist mein Lieblings-Typ. Das ist mein Lieblings-Typ. Wir kontrollieren jetzt Einsatz-Ziel Echo. So, jetzt hat... Aha. Ich sehe schon. Du bist irgendwo abgesprungen. Ich sehe dich noch nicht. Doch, ich hab dich auch gerade gesehen. Da bist du. Was war das gerade? Und ich bin grad voll in Panik geraten, als ich den Fallschirm gehört habe. Ja, ich hab dich schießen hören. Ich höre dich doch direkt vor mir! Oh! 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 Nein! Fuck! Nein, ich wollte dich eigentlich messern. Aber das hat leider nicht geklappt. Also bin ich dann langsam ran geschlichen. Und dann bin ich direkt vor deiner Schnauze gelandet. Was soll ich denn gegen den Panzer tun? Ich kann nicht so viel gegen den Panzer tun, muss ich sagen. Wieso? Was gegen den Panzer? Du meinst gegen den Panzer? Da! Ist der Heli eigentlich auf dir gelandet? Ja. Hat mir aber keinen Schaden gemacht. Nein. Da muss ich wohl wieder den Kampf-Heli nehmen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Erstmal ein paar Panzer jagen hier. Na, komm doch ran. Putzi, putzi. Wirklich. Nein! Was wolltest du machen? Ich wollte eigentlich ein paar Panzer jagen. Aber das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, ich bin irgendwo mit meiner Schwanzflosse hängen geblieben. Das war nicht so elegant, muss ich sagen. Vor allem einen Schuss mit dem Panzer und der Kampf-Heli ist halt kaputt, nie? Äh, ja. So, was tue ich denn jetzt? Komm im LRV. Ja. Nein, ich habe aber im LRV die Lizen-Raketen. Ist doch egal. Nein, das hat sogar getroffen. Junge, der Panzer ist einfach so OP. Wie viel Leben hat denn der Panzer noch? 53. Was? Dann habe ich ja gerade null Schaden gemacht. Wo bist denn du jetzt? Ach, scheiße. Zu spät. Dagegen kann der Panzer nicht so viel tun. Du kannst ja schlecht nach oben schießen. Nein! Nein! Puh. Bist du schon wieder bei E? Nein, ich warte auf was Besonderes. Auf was wartest du denn? Darauf. So, bin auf dem Weg. Nein! Nein, ich komme hier nicht raus. Drecks. Das habe ich mir auch gedacht. Na, klasse. Und was geht jetzt? Gegen das Boot. Auch eine sehr gute Frage. Nein! Ich kann nichts gegen das Boot tun. Erstmal muss ich ein bisschen zurücklaufen. Das macht ja immer Spaß, ne? Zurücklaufen kann man ja immer. Aber wo bist du? Wo bist du hin? Wo standst du? Wo bist du? Gute Frage, ne? Ja. Macht mir immer Panik, wenn ich nicht weiß, wo du bist. Du hast mein Boot geklaut. Nein. Gar nicht. Nein! Habe ich den Ries getroffen? Ja. Immerhin etwas. Wie viel Schaden macht das? Wenn man richtig trifft. Habe ich wieder getroffen? Nein, diesmal nicht. Nein, aber ich traf mit dem Boot. Getroffen? Nein, der ist vorbeigeflogen. Boah. Treffer. Ach, Mist. Stimmt, ich vergaß. Die Dinger fliegen ja einfach durch den Zaun durch, als wäre der nicht da. Äh, ja. Obwohl, das ist ja wirklich ein rechtes Zaun. Jetzt habe ich aber auch endlich mal das Boot. Und, weißt du, das Boot ist für mich so schwer zu bekommen. Wie kommt das? Ah, komm mal. Mal gucken, wie du das Boot bekommen möchtest. Oder mich aus dem Boot. Feindliches Boot gesichtet. Wo bist du? Du lebst bestimmt schon wieder. Ja, du bist bestimmt wieder. Nichts ist ein Treffer. Nein. Nein. Hä, lol. Klar, schieß einfach durch die Frackteile durch. Hä, was? Ich habe dich erwischt? Ja, ja. Ich lag hinter dem Helifrack und wurde trotzdem getroffen. Äh. Und deine Todesanimation war auch sehr elegant, ne? Hä, wie sah die aus? Du bist doppelt so hoch, wie das Gebäude von Ego flogen. Gerade. Was? Das habe ich mir auch gedacht. Ich weiß nicht, warum. Ich müsste irgendwie zu besuchen. Schade. Das war zu schick. Was? Wo? Wer? Ach, dieser kleine Typ. Da ist noch auf dem Boot. Boah. Das war aber keine doofe Idee, ne? Wir haben mich einfach direkt hinter dich gestellt. Ja, das war keine doofe Idee. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich dich berühne. Joi. Wie genau willst du mich denn bekommen? Ich seh dich nicht. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin immer noch an Bord vor der Küste von Ehe. Ich geb doch nicht so schnell mein Hötchen auf. Nein. Hä? Das Kampfheli gegen Boot hatten wir doch schon mal. Nein. Ich bin auch noch dabei gestorben. Mhm. Hab's gemerkt. Bist du gestorben oder hast du es überlebt? Gestorben. Wo bist du? Wo gehen wir vor? Ich hab's ja ganz kurz vorher noch geschafft, irgendwie zu wenden. Aber bin dann mit dem Boden einfach gegen diese Kante von dem... ...von dieser kleinen Erhöhung dagegen geknallt. Und hab bin dann explodiert. Oh. So schnell konnte ich dann leider nicht hinterherdrehen mit dem Boot. Das ist nicht so schnell. Ähm. 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 Hast du das überlebt? Nein. Hauptsache ich probiere gerade die Plätze hier hinten im Boot aus. Boah Mann. Kommt da auf einmal dieses Ding neben mir an. Ah, das Boot ist schon okay, ne? Probier nochmal die hinteren Plätze aus. Ich will das nochmal sehen. Ja, 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 ja. Den ganz hinten. Bitte einmal. Bitte. 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 Du kannst eh nichts gegen mich hier machen gerade. Bitte. Doch, doch. Ich konnte gerade einen Headshot machen. Probier doch einmal die hinten aus. Du Bastard. Junge, das wäre voll geil gewesen. Hättest du nochmal durchgewechselt. Ich hätte dich direkt mit der Waffe abgeknallt. Ja, ach. Das war nur sehr auffällig. Hä, ich schwamm da. Konntest du mich überhaupt sehen? Äh, äh, ja. An einer Stelle ja. Ich habe ja dann eine Info gefahren. Ach so. Äh, ich bin unter dem Boot. Was? Ich bin gerade unter das Boot gefahren. Ich war gerade nicht und jetzt geht das Boot. Haha. Du Bastard. Jetzt habe ich das Boot. Komm, wir machen das jetzt so ein Boot, aber ohne Helis. Und ohne Panzer. Jetzt habe ich das halb kaputte Boot. Na, danke. Habe ich Sorge. Habe ich mir angetan? Ich habe ein falsches Boot gesichtet. Oh. Nein. Habe ich dich wirklich da runter geschossen? Wie sieht man denn ein halb kaputtes Boot von einem Jet-Ski aus? Komm zurück! Hä, auf zwei wechseln und es mit Panzerwurst abknallen. Ja, aber ich muss ja erstmal da ankommen. Wie viele Jet-Skis hier schon rumstellen. Aufgesichtet! Das Ding dreht so langsam. Kommt, putt, 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 putt. Ich kämpfe jetzt einfach an der Ausfahrt zu deinem Hafen. Warum glaube ich, dass das ein bisschen schwieriger wird? Was machst du denn da? Weil du unskillt bist im Jet-Ski-Boot kühlen? Ja, 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 ja. Du hättest mich auch nie bekommen, wäre ich nicht auf dem Jet-Ski-Boot. Nee, ich hätte ich bekommen. Ich habe dir schon zweimal heute Panzerwurst getroffen gehabt. Warum meinst du, war das Boot denn fast tot? Wo willst du denn hin? Komm sofort wieder her! Puh! Was willst du jetzt machen? Ach, C4. Du bist so ein C4-Huch und so. Nein! Spasti. Ich dachte schon, warum willst du so nah an mich rannten? Mann, wie kriege ich denn das Boot? Diese C4-Idioten, ne? Schwingt dein Arsch sofort wieder herher! Nein! Ausgestiegen. Du Idiot. Wo bist du? Das sind die letzten Stunden deines Boots. Ja. Park hinter der Ecke. Nein, wo ist denn meine Waffe? Ha! Mit einer! Mit einer Toe, Junge! Mit einer einzigen Toe habe ich dich erwischt. Na, klasse! Das ist das. Das ist das. Ja. Das ist das. Bis zum nächsten Mal.